Sein eigentliches Debüt feierte Mario im Arcade-Spiel Donkey Kong. Damals hieß der Nintendo-Held aber noch ganz simpel Jumpman und war von Beruf Zimmermann. Seinen Namen hat Mario dem Vermieter der amerikanischen Nintendo-Filiale zu verdanken. Denn der rannte parallel zur Entwicklung von Mario Bros. Wut entbrannt durch die Büros, um Mietschulden einzutreiben. Und er hieß Mario Seagal. Mario trägt seine Mütze und seinen Schnauzbart nur deshalb, weil Haare und Münder in den Zeiten der grobschlechtigen 8-Bit-Pixel-Grafik schlichtweg nicht darstellbar waren. Mario und sein Bruder Luigi sind als die Mario Brothers bekannt. Also heißt Mario streng genommen auch mit Nachnamen Mario. Gestatten, Mario, Mario. Marios Synchronsprecher ist schon seit vielen Jahren der US-Schauspieler Charles Martinet. Ich bin Optimus Prime. Ursprünglich gehörte die Stimme des Italo-Klempners aber zu Peter Cullen, dem Mann, der sonst Optimus Prime von den Transformers spricht. Wir sind hier. Die Tierschutzorganisation PETA brachte ein Flashspiel heraus, in dem Mario als gemeiner Waschbärmörder dargestellt wurde. Es ging dabei um die Fellanzüge, die der Hübschspielheld in einigen Spielen trägt. Laut PETA sollte die Aktion aber nur ein Scherz sein. Der Name des Schurken Wario ist eine Kombination aus dem Wort Mario und dem japanischen Begriff Warui, der wiederum so viel wie bösartig bedeutet. In der Anleitung von Super Mario Bros. 2 wird Birdo als ein Kerl bezeichnet, der denkt, er sei ein Mädchen und der gerne Birdetta genannt werden möchte. In der englischen Übersetzung wurde Birdo dann kurzzeitig mit Ostro verwechselt. Super Mario Bros. Der Film war der erste Kinostreifen, der auf einem Videospiel basierte. Und er war so schlecht, dass einem auch heute noch die Worte fehlen. Donkey Kong Jr. von 1982 ist das einzige Spiel, in dem Mario offiziell als Bösewicht auftritt, der Donkey Kong in einem Käfig gesperrt hat. Entsprechend trägt Mario auch einen gezwirbelnden Schnauzer. Denn sowas sieht ja immer richtig fies aus. Marios Erzfeind Bowser wurde von Serienerfinder Miyamoto eigentlich als Ochse entworfen. Aber Animationsdesigner Yoichi Kotabe hielt die Gritzeleien für eine Schildkröte. Ja, Bowser ist kein Dino und kein Drache, sondern eine Schildkröte. Szenen aus Super Mario Bros. 3 spielen eine wichtige Rolle im Kinofilm The Wizard von 1989. Bei uns hieß der Streifen über ein Videospiel-Champion übrigens Joystick Heroes. Das Gameboy-Spiel Super Mario Land war der erste Serienteil, dessen Entwicklung nicht von Miyamoto geleitet wurde. Das Spiel verkaufte sich dennoch 18 Millionen Mal und führte mit Prinzessin Daisy eine neue Mario-Liebschaft ein. Bei der Vorstellung des Gamecube zeigte Nintendo auch eine Technik-Demo namens Super Mario 128. Aus dieser ging über sieben Jahre später dann das geniale Super Mario Galaxy hervor. In einem Vorort der spanischen Stadt Saragossa wurde eine Straße auf den Namen Avenida de Super Mario Bros. getauft. Die relativ jungen Bewohner des Viertels durften über die Straßennamen im Neubaugebiet abstimmen und entschieden sich für Videospielhelden als Inspiration. Gelegentlich taucht Mario auch in Konkurrenzprodukten auf. So wirft er Körbe in NBA Street 3 von Electronic Arts und verdingt sich in SSX on Tour als hipper Snowboarder. 1989 wurde die TV-Serie Super Mario Bros. Super Show produziert. Die Folgen der Sendung bestanden jeweils zum Teil aus Cartoons und zum Teil aus Realszenen, in denen Lou Albano als Mario auftrat. 1984 erschien Golf für das NES. Auf dem Cover des Spiels war eine Art frühe Version von Mario abgebildet. Im Nachfolger Open Tournament Golf trug der Klempner dann sogar ein totschickes Streifen-Outfit. Die wohl bizarrste Mario-Software aller Zeiten ist I am a Teacher Super Mario Sweater von 1988. Mit dem Programm konnte man eigene Strickmuster erstellen und diese dann für umgerechnet knapp 20 Euro vom Textilhersteller Royal Industries in einen echten Pullover verwandeln lassen. 1991 kam das Lernprogramm Mario Teaches Typing auf den Markt. Die charmante Anwendung lehrte spielerisch, wie man die Tastatur eines Computers bedient und möglichst schnell Wörter eintippt. Von wegen Super Mario ist nur auf Nintendo-Konsolen zu Hause. Mit Mario is Missing erschien 1992 ein Serienableger auch für den PC und den Mac. Die NES-Portierung des Titels wurde später von Radical Entertainment entwickelt. Ja, richtig. Das sind die, die später Prototyper finden sollten. Für die Flop-Konsole CDI von Philips erschien mit Hotel Mario der wohl schlechteste Mario-Titel aller Zeiten. Die Mischung aus Hüpf- und Puzzlespiel steuerte sich furchtbar und bestand zu einem Großteil aus seltsamen Video-Zwischensequenzen. Auch für Nintendos Konsolenkatastrophe Virtual Boy sollte eine Mario-Land-Episode erscheinen. Das Spiel kam aber nie über eine Beta-Version hinaus. Wohl zu Recht. Nach dem Fußballspiel Super Mario Strikers arbeitete Entwickler Next Level an einem Volleyball-Ableger namens Super Mario Spikers. Die Mischung aus Ballsport und Wrestling wurde jedoch nie fertiggestellt. Im Hollywood Wax Museum in Los Angeles stehen nicht nur täuschend echt wirkende Wax-Figuren von Schauspielern wie George Clooney herum, sondern eben auch eine Super Mario-Statue. Den Walk of Fame mit seinen Starnamen auf goldenen Sternen kennt jeder. Den Walk of Game hingegen nur wenige. In einem Einkaufszentrum in San Francisco wurden zu Ehren von Videospiel-Ikonen 2005 und 2006 Bodenplatten eingelassen. Klar, dass auch Mario dort einen Stern hatte. Mario trinkt gerne Milch. Zumindest in einem Video von Gut Milk, einer Werbekampagne der amerikanischen Milchwirtschaft aus dem Jahr 1999. Es mag zwar absurd klingen, aber Super Mario wurde auch Opfer diverser Pornoparodien. So gibt es zum Beispiel einen Schmuddel-Film namens Super Mario Triple X, in dem Prinzessin Peach ausnahmsweise mal gar nicht so schüchtern agiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017